Ach, Kinderchen, ich liebe diesen Stallgeruch. Es gibt so eine ganz eigene Wärme und Geborgenheit. Finde ich auch. Bist du mal geritten, Tante Paula? Nein, leider nie, Bibi. Als junges Mädchen wäre ich gerne, aber meine Mutter hatte panische Angst, dass ich vom Pferd falle. Ich kann es ja jetzt noch lernen. Jetzt? Bei uns? In deinem Alter? Na und, wo Kinder reiten lernen, werden ja auch wohl noch alte Tanten aufs Pferd dürfen. So, nun möchte ich gerne Paulchen vorgestellt werden. Da vorne steht er, bei Max und Moritz. Hallo, Paulchen, das ist Tante Paula. Willst du sie nicht begrüßen? Kann man ihn streicheln? Weißt er? Ach, Paulchen doch nicht. Hier, nimm den Apfel und halte ihn auf der flachen Hand hin. Ach, ist der niedlich. Ich werde ihn jetzt jeden Tag füttern. Dann bin ich doch unserem Namen schuldig. Und du siehst. Erst. Ich sehe! Und du siehst!